Eine Filmpremiere Was willst du denn da sehen? Die quatschen immer dasselbe. Mit Mord. Das Ende eines TV-Stars. Ihr könnt einen Grund gehabt haben, Emrah Öster zu ermorden. Oder doch nicht. Das da draußen ist nicht Emrah. Sondern? Sein Double. Die wollen mich umbringen, bloß weil ihr nicht passt, was ich spiele. Oder doch sein Ende. Mordkommission Istanbul. Donnerstag im Ersten. Mordkommission Istanbul.